Willkommen zurück, Leute, zu einem neuen Part zu Let's Play Limbo. Und im letzten Part sind wir genau hier stehen geblieben. Hier habe ich mich dumm und dämlich angestellt. Jetzt weiß ich allerdings, wie wir eventuell rüberkommen könnten. Und zwar müssen wir diese Kacke hier rückwärts schieben. Schnell rauf. Und uns jetzt beeilen. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Zeit. Ich hoffe, das klappt. Ich hoffe, das klappt. Verdammt, habt ihr das gesehen? Das war ein Millimeter. Millimeter, Junge. Weil wenn wir ihn von vorne wegschieben, dann rote zu viel Schwung auf. So, jetzt. Jetzt. Jetzt aber. Ach, du Mist. Da war ich zu langsam. So. Ich halte mal meine Klappe und versuche das. So, jetzt. Nein, wieder nichts. Da war sogar schlimmer. Ich hoffe, ihr habt Zeit mitgebracht. Ich hoffe, ihr habt Zeit mitgebracht. Okay. Ich betätige mal den Hüte. Ach du meine Hüte. Ich glaube, wir müssen hier rüber. Zack. Was ist denn das? Das ist eine riesen fette Kugel. Die wird uns platt machen. Die wird uns platt machen. Ich sehe aber nichts. Okay. Da war Strom, glaube ich. Jep. Okay, da ist noch mal Strom. Ach da. Müssen wir hoch, oder? Nee. Ich kann gar nicht hoch. Irgendetwas blockiert hier. Okay, ich weiß nicht, was uns dort blockiert. Um ehrlich zu sein, soll ich mal da hoch? Ich versuche mal, da rüber zu kommen. Hey, das war cool. Funkenspur. Ja, ja. Wir haben ein Achievement bekommen. Davon kaufe ich mir einen Keks. Nee, das kann ich doch gar nicht. Okay, wir müssen den Kasten hier rüberwerfen. Und ich hoffe, wenn wir dann auf ihn springen... ...wird er stehen bleiben. Ja, klappt doch wunderbar. Es klappt doch alles. Okay. Also da unten ist eine Kanone und da oben auch. Ja, 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 ja. Das hättest du gerne. Ach, du verdammte! Ja, mach die Kanone kaputt. Lass mich in Ruhe. Mach die Kanone kaputt. Komm, komm wieder rüber. Kommst du mal wieder her? So, jetzt mach die Kanone kaputt da unten. Weg hier. Jawohl. Das klappt auch. So. Jetzt kannst du mir gar nichts mehr. Gut. Jetzt wird es wieder ganz still. Okay. Da oben kommen wir nicht hoch. Dann müssen wir wohl oder übel hier runter. Okay, ich betätige mal den Hebel hier. Okay, interessant. Ach, verdammt. Okay, wie soll ich denn da wieder hochkommen? Hm. Ist ja schön und gut, aber... Ich geh mal hier weiter nach hinten. Ja, was gibt es hier? Nichts. Hier gibt es nichts. Okay. Alter, nicht, dass sie mich jetzt hier quetschen. Okay. Wie kriege ich die dazu? Ja, ich selber komme ja da nicht hoch. Na? Ja, wie mache ich das jetzt? Wie zur Hölle mache ich das jetzt? Muss ich auf einen Kasten springen oder sowas? Ich versuche es mal. Nee, das kann ich vergessen. Interessant. Hey. Habt ihr das gesehen? Ich konnte das Ding auf meinen Kopf balancieren. Ja, und damit kaufe ich mir auch einen Keks. So, die wollen einfach nicht. Wie machen wir das denn? Alter, du bist doch nicht jetzt dadurch gestorben. Doch, ist er. Hm. Ja, ja. Was machen wir jetzt? Beziehungsweise wie machen wir das? Vielleicht so? Damit er mehr Schwung bekommt? Nee, hilft dir nichts. Nee, ist dasselbe. Wie können wir das irgendwie hinwählen? Echt? Keine Ahnung, Leute. Ich werde es jetzt so lange probieren, bis es mal irgendwie klappt. Ach so. Irgendwie beim Fallen dazu. Vielleicht während des Schiebens? Kann ich doch gar nicht. Wieso würde ich die Dinger schieben? Ah, jetzt vielleicht. Nee, das war nichts. Komm, jetzt nochmal. Okay. Nee, 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 nee. Ich weiß echt nicht, wie wir hier weiterkommen. Okay, ich kann hier weiter hoch. Gibt es irgendetwas? Habe ich hier was übersehen oder so? Nö. Nicht, dass ich wüsste. Nein, hier gibt es nur den Tod. Und das wollen wir natürlich nicht. Ja, wie machen wir das? Okay, ich will mal sehen, was jetzt passiert. Okay, ich will mal sehen, was jetzt passiert. So, hab dich, nein, hab dich nicht. Verdammter Mist. Nein, bleib stehen. Ach, verdammt. Du Dreckskiste. Du Dreckskiste. So, jetzt. Fall mir ja nicht auf den Kopf. Puh, Leute, also, keine Ahnung, wie ich hier weiterkomme. Drum werde ich hier erst mal einen Schnitt machen. Ich hoffe, ihr schaltet mein nächstes Part wie damit ein, obwohl ich mich hier wie so ein Vollhonk anstelle. Sei es froh. Vielleicht habt ihr euren Spaß dabei. Also, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020